Hallo zusammen, mich ist wieder Heutjala und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs und heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Toy, das wir bei den Venture uns spielen können und dementsprechend bin ich schon auf meinem Venture Char hier im Revendrest auf den Koordinaten 2841 über dem Sündensturz, der Packzentrale der Venture. Und hier, wo der Gluthof auch abgehalten wird, haben wir einen NPC, der für den Gluthof auch relevant ist, das ist die Lady Linka und diese verkauft uns verschiedene Items. Die meisten sind nicht mehr in der Liste, wenn man sie gekauft hat, so auch vermute ich das Toy. Und zwar haben wir hier den Federkiel der Korrespondenz und dafür müssen wir 500 Gold ausgeben, aber wir brauchen noch eine andere Voraussetzung. Wir müssen nämlich einen Ruf hochbasteln und zwar nicht beim Gluthof an sich, sondern wir müssen einfach einen der verschiedenen Typen, die man einladen kann im Gluthof, das kann man übrigens bei dem Typ daneben machen, muss man auf bester Freund hochballern. Heißt, das sind einige Rufstufen, die man da hochklackseln muss. Man startet quasi bei Fremde und dann ganz am oben, am anderen Ende ist quasi der beste Freund. Bei mir hat das jetzt einige Wochen gedauert, man kann ja immer nur einmal pro Woche den Gluthof abhalten und dementsprechend ist das hier schon eine langfristigere Sache. Wenn ihr das Toy haben wolltet, solltet ihr immer wieder die gleichen Gäste einladen, einfach das hier einen möglichst schnell hochkriegt. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt das Toy an sich mal an, Federkiel der Korrespondenz. So ein Tipp am Rande, wenn ihr bei den Wändchen noch nicht wart, wenn ihr euch das Toy erspielen wollt, müsst ihr natürlich als allererstes den Gluthof bauen, das ist das Special Gebäude und dann könnt ihr erst hier anfangen. Deswegen müsste aber alles mit einem Gluthof auf Stufe 1 schon funktionieren. Wobei ich euch empfehle, ballert ihn weiter hoch. Stufe 2, 3, 4 macht schon Sinn, auch dann die letzte Stufe, die 5, weil ihr dann einfach mehr Sachen im Gluthof absolvieren könnt und damit kann man den Ruf ein bisschen einfacher steigern. Gut, ich würde sagen, wir gucken uns das Toy an. Hier Federkiel der Korrespondenz lernen wir hier einmal und dann schauen wir mal, Federkiel der Korrespondenz, was das schicke Ding macht hier. Benutzt, schickt einen Brief an einen eurer besten Freunde vom Gluthof, ihr erhaltet innerhalb eines Tages Antwort per Post. Okay, dann machen wir das doch mal. Also wir schreiben jetzt einen Brief, wie ihr seht und da unten gibt es quasi auch Briefdiktieren und dann flattert der Brief tatsächlich auch los. Okay, interessant. Und jetzt müsste ich innerhalb des gleichen Tages dann Post zurückkriegen. Wahrscheinlich geht das nicht instant, wahrscheinlich müssen wir da einen Ticken warten. Ich habe da auch schon mal ein bisschen nachgelesen, es soll anscheinend random sein, welchen man von seinen besten Freunden schreibt und dann gibt es halt einen netten Brief zurück. Der Briefkasten ist jetzt da unten, oder? Wir können jetzt auch mal gucken. Ich habe ja auch einen Briefkastentoy, merke ich gerade, aber da wird wahrscheinlich jetzt noch nichts drin sein, oder? Mal gucken. Sollen wir mal schauen? Ne, da ist leider nichts drin. Okay, das wird wahrscheinlich ein bisschen dauern, da ist nur Gold drin. Leider kein Brief von meinem besten Freund. Traurig, traurig. Gut, ja, das war es eigentlich soweit mit dem Toy Guide. Den Brief können wir jetzt leider nicht abwarten in dem Videoformat. Schreibt mir ja gerne mal in die Kommentare, ob ihr das schon ausprobiert habt, ob ihr da lustige Antworten von euren besten Freunden bekommen habt. Und ja, dann verabschiede ich mich an der Stelle und wünsche euch viel Spaß beim Nachspielen. Euer Tina, bis zum nächsten Mal. Ciao.